Innsbrucks Altbürgermeister Romuald Nischer ist am Montag 84-jährig in Innsbruck gestorben. Romuald Nischer hat elf Jahre lang die Geschicke der Landeshauptstadt Innsbruck als Bürgermeister geführt. Vor wenigen Wochen ist seine Ehefrau gestorben, mit der er 57 Jahre lang verheiratet war. Sonja Obergser jetzt mit einem Nachruf. Romuald Nischer trat bereits 1954 der ÖVP bei und wurde 1971 Wohnbaustadtrat in Innsbruck. In diese Ära fiel der Bau des Olympischen Dorfs. Ich bin sicher, dass kein Teil des Olympischen Dorfes leer stehen würde. Gegenwärtig sind bei der Stadt 1650 Familien als Wohnungssuchend vorgemerkt. 1983 krönte Nischer seine politische Karriere mit der Wahl zum Bürgermeister. In dieser Funktion trat er auch in der ersten Tirol-Heute-Sendung auf, weil er in der Nacht einen suizidgefährdeten Mitbürger von einem Kran geholt hatte. Es ist sicher um Leben und Tod gegangen. Es war eine Spontanreaktion, aber auch wenn es wie ein Widerspruch klingt, trotzdem überlegt. 1989 wurde er wiedergewählt. In der ersten Gemeinderatssitzung kam es zu einem Eklat, weil sich die neu gewählten grünen Abgeordneten an die falschen Plätze setzten. Die Sitzung ist für kurze Zeit unterbrochen. Eines der wichtigsten Projekte von Bürgermeister Nischer war ein umfangreiches Verkehrskonzept. So wurden etwa Burggraben und Museumsstraße autofrei. Tiefgaragen wurden gebaut, teilweise mit umstrittener Kunst. Es ist ein Bauwerk ohne Genehmigung, insofern als wohl genehmigt waren Ablüftungsrohre, aber sicher nicht in dieser Form. Und eine umstrittene Kurzparkzone rund um die Klinik wurde eingerichtet. Nischer legte 1991 den Grundstein für die neue Synagoge in der Silgasse. Er hatte viele angenehme Auftritte. Er war begeistertes Mitglied der Schützenkompanie Reichenau und der katholischen Studentenverbindung. Er durfte die schwedische Königin Silvia bei ihrem Besuch in Innsbruck begleiten und erfolgreiche Olympiateilnehmer willkommen heißen. Apropos Olympia, 1993 ließ er die Innsbrucker über die Bewerbung 2002 abstimmen. Unsere Zukunft wird nicht von Neinsagern bestimmt. Sagen wir am kommenden Sonntag Ja zu Olympia. Die Innsbrucker sagten trotzdem klar Nein. Bei der Wahl 1994 musste sich Nischer dann Herwig van Starr geschlagen geben. Der neue Bürgermeister kann nach meiner Auffassung nur Dr. van Starr heißen, denn sein Erfolg war großartig. Nischer zog sich aus allen politischen Ämtern und der Öffentlichkeit zurück. Einer seiner selten gewordenen Auftritte war 2002 bei der Innsbrucker Ehrenbürgerverleihung und beim Begräbnis von Altbischof Reinhold Stecher. Romuald Nischer wurde 84 Jahre alt.